Okay, wir versuchen es jetzt, Chat. Die machen aber, glaube ich, gerade so einen Discord-Talk. Wer ist assi, wenn wir da dazwischen grätschen? Wer ist assi? Ja, sagt ihr. Warte, jetzt werde ich mal gucken, ob die mir vielleicht auf Insta folgt, Digga. Dann habe ich, dann habe ich Streamer-Bonus. Die folgt mir! Die folgt mir, Chat, die folgt mir. Die kann mir nicht böse sein, wenn ich es mache. Die kann mir nicht böse sein, Chat. Die ist mir nicht böse, Digga. Die ist mir nicht böse, Chat. Die ist mir nicht böse, oder? Dann kann man es machen. Oder ist dann trotzdem assi. Oder wir, Chat, oder wir gehen rein und fragen einfach. Wir gehen einfach mit, sorry für die Unterbrechung. Sorry für die Störung. Nee, wir schreiben, dürfen wir euren Talk kurz unterbrechen? Und wenn sie sagt ja, dann können wir weitermachen. Wenn sie sagt nein, gehen wir wieder raus. Ist nett. Ist ein Kompromiss. Rein da aber freundlich. Okay, ey, wir machen es jetzt. Ihr schreibt gleich rein. Ich sage es gleich nochmal. Dürfen wir euren Talk kurz unterbrechen? Dürfen wir euren Talk kurz unterbrechen? Das schreibt ihr gleich rein. Und ey, eine Sache, Chat. Wir machen das jetzt. Ich will bloß sagen, seid nett im Chat. Keiner beleidigt hier. Keiner schreibt was Dummes. Wer in ihrem Chat was Dummes schreibt, wird bei mir auch gebannt. Okay, da gucken meine Mods drauf. Also seid nett. Okay. Wenn ihr bei ihr was Dummes schreibt im Chat, werdet ihr bei mir auch gebannt. Chat. Alright. So. Seid ihr bereit? Wingmans. Da sind wir wieder, Digger. Lang ist es her gewesen. Ich hoffe, das geht gut. Ich hoffe, die ist nicht sauer auf mich, Digger. Okay. Also. Ich werde jetzt den Link hier reinklatschen. Ihr geht in ihren Stream. Schreibt in den Chat rein. Dürfen wir euren Talk kurz unterbrechen? Dürfen wir euren Talk kurz unterbrechen, okay? Ich glaube, das ist mir einmal passiert, da war ich drunk. Drei, zwei, eins. Los. Da war ich auf einem Fest. Da ist sie. Und war halt drunk, wie gesagt. Okay. Dürfen wir euren Talk kurz unterbrechen? Ja, ich war jedes Mal nicht so. Ruhig. Ja. Ruhig. Kurz angemerkt, das war meine beste Freundin, an die ich es geschickt habe. Da sind wir. Jetzt warten wir auf die Antwort. Wenn sie... Nein, schreibt, gehen wir raus. Oh nein, da ist die Mode-Chat. Ja. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Oh Gott. Nee, kommt schon, Leute. Das ist doch scheiße, Mann. 300 Zuschauer. Ja, klar. Okay, sie glaubst nicht. Wir bleiben drin. Wir bleiben... 90, plötzlich 300. Wir bleiben drin. Erstmal. Kurz. Wollt ihr mich jetzt... Hopp, haut ab. Warte, ich mach ein Emote rein. Ich mach ein Emote. Gib mir einen kurzen Moment. Warte, warte, Seil. Das haben wir gleich. Scheiße. Die denkt, wir sind Bots. Ja, bitte nicht die 90 richtigen Zuschauer weglöschen. Scheiße. Nee, nee, alles gut. Die sind Bots. Sorry, sorry, Chat. An der Stelle, ich mach Slowchat rein. Scheiße, wir sind... Äh. Warte, wir erhöhen Slowchat. Scheiße, wir sind am Arsch. Nein. Wie mach ich den Emote? Also selbst wenn irgendjemand mir das als Support geben würde, ja. Nein, das ist scheiße. Die meisten machen das nur, um mir zu schaden. Nein, wir sind keine... ...fucking Partner-Status haben mit meinen 90 Dauer-Zuschauer. Wie krieg ich das denn? Die, wir sind echt... ...macht alle mal in die Mode rein. Macht alle mal in die Mode rein. Hier, den da. Moji-weise. Wir sind echt... ...noch nicht raus. Ich sollte mich nicht auflegen, alles gut. Wir sind noch drin. Oder macht Moji rein, irgendwas mit mir. Mann, Gottverdammt, es läuft doch wieder nicht gut. Ich warte noch ganz kurz, Chat, bevor wir rausgehen. Oh Gott, verdammte Scheiße, Chat. Das ist doch, wir sind doch schon wieder am... ...wir sind am Sack. Ja, das ist scheiße. Und jetzt, jetzt gleich in 10 Minuten wieder so 90 Dauer. So, alle, die. Hoffentlich. Ich verloge den Modus für 10 Minuten. Danke. Fuck! So, gut. Okay, nix davon. Wir fahren... Wir reden hier wieder. Ja, wir fahren vor. Jetzt fühle ich mich schon wieder schlecht, Digga. Wir haben den ganzen Talk verkackt, Junge. Und die denkt, wir sind Bots. Alter, fuck. Ich schrieb da kurz eine Sprachnotiz. Hier ist sie bei Insta. Scheiße, Chat, Mann. Es läuft gar nicht gut, Digga. Spende was? Ja, wir machen eine Spende, Chat. Das ist gut. Wie viel soll ich spenden, Chat? Jetzt übertreib nicht. Was ist eine angebrachte Spende, Digga, um mich zu entschuldigen? Was spende ich hier? Discord, Donate. Ein Zwanni? Ja, ein Zwanni hört sich gut an, Digga. Ein Zwanni ist gut. Zwanni, Nutzername, Moji. Spendennachricht. Hi, wir waren keine Bots. Das waren Wingmans. Sorry, dass wir gestört haben wollen. War nicht unsere Absicht. Schönen Stream noch. Mit einem Smiley spenden. Gut, oder, Chat? War gut, oder? Gute Nachricht. Ja? Okay. Ja, das war eine nette Nachricht, Digga. Ja, ja, ja. Jetzt zahlen. Danke. Rein. Bam. Trinkgeld wurde gesendet. Liebe geht raus. Guck mal ganz kurz, ob es... Ich... Schau mal ganz kurz, ob die Spende ankommt. Ich will nur ihre Reaktion wissen, ob sie sauer ist oder nicht. Ja, okay. Ja, okay. Danke, danke. Hä? Wieso höre ich alles doppelt? Ja. Ja. Oh nein, oh! Wir müssen weitermachen, oder? Ja, ich muss noch beantworten. Ja. Kommt da jetzt die Spende? Äh... Jetzt sag nicht... Jetzt sag nicht, das geht nicht. Wo ist die Spende? Wir warten noch kurz. Scheiße, Digga. Delay. Ich will nicht schon wieder ihren Stream zeigen, sonst heißt es wieder, ich bin ein Assi, der Streams zeigt. Warte kurz, Chat. Wieso kommt die Spende hier nicht rein? Kam die Spende rein? Wie viel war das hier vorhin? War das bei 380 oder 360? Achso, warte, ihr seht's gar nicht. Also, egal wo. War das hier bei 380? Hier? Oder bei 360? Scheiße, Digga. Ich hab von Realmoji eine Raid. Ich hab auf Twitch Realmoji. Das glaub ich nicht. Ob der mich raiden würde und dann sofort alle weg wären. Also, erst mal, ich hab keinen Raid gesehen. Ja, ich hab auch keinen Raid gesehen. Was ist denn mit der Spende? Ich wurd gescammt! Ich wurd gescammt! Nochmal? Ich hab auch mal auf YouTube auf einen Cringe-TikTok von mir reagiert gehabt. Was? Und? Da fand er mich eigentlich nicht mal so toll. Was? Er hat gesagt, es ist nicht so seins. Hä? Es ist nicht so seins. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass es der mich braided ist. Was hab ich gemacht? Für uns angemerkt hat er, er streamt zwar gerade, aber er guckt sich nur deinen Stream an. Oh Gott. Er guckt sich gerade deinen Stream an. Ich seh's. Oh Gott. Guck mal, wie er reagiert. Ja. Zurück. Du hast mich gescabt für 20 Euro. Danke dafür. Oh, was mach ich denn jetzt? Ups. Ups. Ich hab ihn ertappt. Ja, ups. Die Idee geht raus. Ja, zurück. Scheiße, war er ernsthaft. Ja. Als ob. Ja. Ach, Quatsch. Nein, lass meine Stinks weg. Komm, wir können. Ich glaub's immer noch nicht. Nein, ich glaub das nicht, sonst wird mir ganz heiß. Was? Wir bleiben noch kurz drin. Wenn das wirklich stimmen sollte, dann wird mir jetzt gerade echt heißen. Das ist echt eine sehr feinliche Sinne. Weil das ist einfach total komisch, ne? Man hat 90 Zuschauer, aber plötzlich einfach 300. Hä? Oh, na, bedanke ich für die Spende. Welche Spende? Ich hab meine Neuen los aus. Es ist eine Spende erkommen. Ah, okay. Wir bleiben noch ganz kurz drin, Freunde, oder? Los, sehr höflich und bedanke ich. Dankeschön für die Spende. Aber wo, wie, wo, was? Oh Gott, ich bin so lost, Leute. Hoppen, ich wollte mir die Erinnerung gemacht. Das ist perfekt. Hi, wir waren ja keine Bots. Das war ein Evidence-Story, das wir gestört haben. Er war noch nicht so. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Scheiße, Mann, ich bin auch so doof. Er macht gerade ein Herz. Oh mein Gott, ich bin so doof. Es tut mir so leid. Ich hab mir einfach nicht gedacht, ich streame seit drei Jahren, ja? Und es ist halt schon öfters passiert, dass ich so plötzlich Bots hatte. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ja, alles gut. Oh mein Gott, ich zittere. Das Ding ist, nachdem das behauptet wurde, gucke ich mir immer an, ob da irgendwo was Wahres dran ist. Dankeschön. Oh mein Gott, ist das peinlich. Gut. Wenigstens ist sie nicht sauer auf uns, Chat. War doch eine Nette. Riecht auch richtig gut. Ja, ja. Die Spende wird erst mal zurückgezogen nachher. Ja.